Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wir sind da auf die Brücke gegangen, haben Scherisch an Papier gespielt. Dann haben wir noch unsere Freunde und so gegrüßt. Und ja, bis später. Tschüss. Da sehe ich einen schönen Fluss und wir gehen einfach jetzt sehr schön. Wir können sehr viele Berge sehen. Abonniert auf jeden Fall auch den Tag und like dieses Video. Das ist ein sehr schöner Fluss. Und ja, bis später. Hallo, liebe Leute. Ich bin neben dem Fluss und wir machen hier ein Video über ein Spiel. Und ich bin jetzt dran mit dem Fisch. Und jetzt beginnt's. Und nicht vergessen, abonnieren, liken oder wenn ihr wollt, Kommentare schreiben. Hallo zum Beispiel. Und es beginnt. Runter, runter. Ey, jetzt rauf, rauf. Ja, geh jetzt. 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 Liebe Leute, ich heiße Alejandro Orbert und wir haben viel Spaß hier und alle Kinder freuen sich, haben Spaß und wir haben hier ein Spiel geprobt und wir zeigen es euch jetzt. Das ist tief, ich glaube ich fühle das. Oder wir können uns hier ausziehen und dann hineinspringen. Ja, das ist privat. Nein, das tut auch jeder. Wieso ist das da hier? Passt auf Leute, nicht ins Wasser die Füße. Oder darf ich nur? Sind da Fische? Ja, das sind Piranhas. Piranhas? Abonniert Lorenz Harisch. Ja. Und wieder hoch! Zurück! Nach oben auch! 4, 5, 6, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Etwas ist das, ich freue mich. in bewegung bleiben leute antonio lasst den antonio ich grüße meinen opa meine oma meine mama und mein bruder und mein papa und mein onkel ohne fernse herrisch teilpapier Schere Steinpapier. Schere Steinpapier. Nein. Schere Steinpapier. Wir haben viel Spaß und ich grüße meine besten Freunde. Ich grüße meine Kameraden aus der Schule, meine Freunde und ja. Antonia? 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 Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ich grüße meine Freunde, Ex-Freunde. Ja, Spaß. Okay, nur meine Freunde. Ja, Freundinnen meine ich. Spaß. Ja, Entschuldigung. Und meine Kollegen. Okay. Alles? Ja, ich grüße meine Ex-Freundin. Meine Freunde. Meine Freunde. Und meine Freunde. Und alle, die das Video angucken. Und ich grüße meine zwei Lieblingsspiele. Ich Sanne und Neymar. Nee. Ich grüße meine Familie. Ja, meine Freunde. Carlo. So, Samuel. Ja. Und ja, auch. Also ich grüße meinen Freund Ben, der immer fährt. Ich grüße. Ich grüße meine Spieler von Ostbahn. Ihr wisst Bescheid. Und ich grüße auch meine Familie. Ja, ich grüße meine Familie. Loli. 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 Ich geh in die Donau. Ist mir egal. Nein. Warte. Das war heute. Heute haben wir viel Spaß. Hier machen wir viele verschiedene Videos und ja, like das Video und abonniert Laurent Harich, abonniert auf jeden Fall auch das New Bobo und Clash Football. Und ja, hier ist einfach ein schöner Platz. Der Sonne scheint sehr schön und da können wir sehr viele Berge sehen. Ganz langsam, mit Alde auf Ende. Ein Stock im Marktstöckchen. Hey, hier ist ein Stock. Tschüss. Tschüss. Warte. Tschüss. Warte. Wir gehen jetzt zurück. Wir gehen in die Waldrichtung. Wir haben viel Bewegung und haben viel Spaß. Hallo liebe Leute, jetzt gehen wir auf den anderen Weg zurück. Wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt nicht zurück. Ja. Es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Es geht. Irgendwo Pilze. Ich mach die Rolle. Ich mach die Rolle. Ey Samme, auf! Nein, ich bin der Dritte. Nein. Oh! Oh! Was ist da? Holz! Aber hier kann es aufgehen. Aber hier gehen wir noch tiefer rein. Ich glaub da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Das ist ja glaub ich falsch. Eier voll. Da sind glaub ich falsch. Eier voll. Stimmt. Gleich da sind wir am Start. Da wurde ein Loch gegraben. Hier wurde ein Loch gebaut! Kennst du das Lied? Wir probieren das nicht Messer. Was ist eine Leiche? Eine Leiche ist eine Leiche. Kommt, gehen wir weiter. Doch, wir gehen weiter. Lass den Stock! Lass den Stock liegen! Nein! Dürfen wir hier gehen? Einen Leiche ist eine Leiche. Er ist eine Leiche! Es ist Kolumbien! Vielen Dank.